Hi Leute, ich bin Rieke. Ich bin Jasmin. Wir haben uns überlegt, wir tippen den X-Tipp-Spieltagstipp heute. Der Staffel der zweiten Frauen, 20. Spieltag. Und wir fangen an mit dem Spiel Sparta Lichtenberg gegen BSC Marzahn 2. Um 9.45 Uhr geht's los. Und ja, wie ist dein Tipp? Ich meine, Sparta gewinnt 4 zu 0. Meinst du ja, so souverän. Du nicht? Ja doch, vielleicht so ein 4-1, so ein Glückstreffer vielleicht. 4-1. Vielleicht auch mit können. Also man weiß ja nie. Dann beim nächsten Spiel haben wir den ersten FC Schöneberg gegen SV Lichtenberg um 10.15 Uhr. Dein Tipp? Ich würde meinen 2-4 für Lichtenberg. Wäre ich grundsätzlich dabei, aber ich würde auch noch erhöhen für Schöneberg, dass es nicht so ganz so eindeutig ist. 3-4? 3-4 würde ich sagen. Okay, in der Verlängerung? In der Verlängerung. Dann haben wir SC Boersigwalde gegen Türkihemspor um 16 Uhr. Würde ich meinen 2-5 für Türkihemspor. Ja, ja, gehe ich mit. Und dann haben wir uns, Stern 1902 gegen Seitenwechsel 16.30. Ja, also es ist ja immer schwierig, sein eigenes Spiel zu tippen. Also ich würde schon sagen, entweder gewinnen wir oder wir spielen unentschieden. Natürlich. Also ich will ja nicht so ganz unfair werden hier. Sagst du auch? Ich will auch nicht sagen, wie hoch, weil... Was meinst du? Also 3-3. Sagen wir 3-3, genau, genau. Ja, wir haben einen Spieltag, fast jemanden unterschlagen. Am Samstag begegnen sich schon Kreuzberg gegen Moabit. Oh Gott, keine Ahnung, 2-2, oder? Ja, so ein Unentschieden, muss auch nicht 2-2 sein, vielleicht auch 1-1. Oder 0-0. Oder 0-0, Unentschieden halt. Okay, das war's dann und ciao, ciao. Ciao.